BUNDKICKT GUT Für Osman ist BUNDKICKT GUT nicht nur seine Arbeit. Es ist sein Weg in die Integration und Eigenständigkeit. BUNDKICKT GUT ist ein soziales Projekt. Es geht nicht nur um Fußball, sondern um Kommunikation, Kennenlernen, Austausch mit Jünglichen, mit verschiedenen Kulturen. Dadurch habe ich dann auch meine Durchkenntnisse ein bisschen verbessert. Mittlerweile bin ich als S-Ausbindeter bei BUNDKICKT GUT. Ich mache meinen Sport- und Fitnesskaufmann. Durch Unikredit werden wir eingeladen. BUNDKICKT GUT auf Deutschland vertreten, weil bei Bayern EF gab es ein internationales Turnier, wo Mannschaft aus Brasilien, Russland, Japan, China alle kommen. Und BUNDKICKT GUT dann durch Unikredit dürfen wir als Deutschland vertreten. Genau, und da bin ich dann Trainer und darauf arbeiten wir jedes Jahr hin. Dank dem Sozialprojekt in Togo bleibt Osman auch mit seiner Heimat verbunden. Meine Mutter lebt noch in Togo und ich lebe nur mit meinem Vater hier und meinen Geschwister. Und deswegen ist es schon durch BUNDKICKT GUT, darf ich sie pro Jahr hin einmal besuchen. Und ich darf auch meine neuen Freunde kennenlernen. Ich habe von anderen gelernt und deswegen will ich das auch weitergeben an andere Jugendliche. die wissen, dass ich nicht immer der Trainer oder Betreuer bin, sondern ich bin einfach die große Brüder. Weil ich denen auch den nötigen Respekt zeige und deswegen geben sie mir auch den nötigen Respekt zurück.